und willkommen mein name ist an die wahlp und meiner mitte mario master zurück zuletzt bei joshis wo die woche soli war ich wollte hätte ich habe immer so andere sachen im kopf noch und ich wollte das super mario irgendwas sagen aber da habe ich mir so gesehen joshis ja mario aber wir sind ja bekannt als die super brüder ja wir tragen auch passenden keppies gerade ich rot er grün genau weil eigentlich voll dämlich ist weil irgendwie sieht uns niemand also irgendwie sieht uns niemand und außerdem er ist viel kleiner als ich eigentlich müsste er rot tragen und ich müsste grün sein ja was soll ich trage sonst grün also ja er trägt sonst grün ich trage normalerweise blau aber das tut nicht zur sache machen wir das nächste level joshis cookies cookies ich liebe es war natürlich mal ein spiel joshikuki ja ja genau so ein tetris abklatsch von ja ich weiß ich weiß aber hier wollen wir joshis cookies ich mag cookies magst du auch cookies ja ich liebe cookies ich finde jetzt welche essen aber ich habe keinen tag da hat man gucken wie das spieler magst du auch runtergefallen oder ein oder ein und dabei müssen wir machen kekse tun wie wenn ich nicht und vorsichtig kriegst du mir weh wolle mein gott der scheide ist voll und vergraben worden ich konnte dem hauch na oben ja nix ich glaube ich dass ich das nicht das montiert das wollte das denn noch dagegen geworfen und war dagegen diese prinzen rollen ich muss uns nur ans essen denken es gibt nichts besseres welt im leben als das essen ja ich würde da weg gehen kaputt stampfen nein warte ich habe ich habe ich doch gewusst kein sekret ist von mir sicher deswegen haben wir schon so viel verpasst ja wenn wir noch nicht nachholen haben übrigens ja das soll soll sollte er uns eigentlich noch machen er hat es nicht getan ich habe ich bin tot ist tot das mit dem passiert mein junger freil ich bin nicht tot und bist du bist du die kamera einfach nicht mit scrolls das heißt du bist tot nein nein ich bin noch gar nicht untergefallen die weg höre aus wollen ich mag wolle bis jetzt bis jetzt bis jetzt genau du bist recht wichtig gerade sagen ich habe es gebrochen ich habe gebrochen müssen wir mal müssen die wolle sammeln ich habe auf sachen irgendwie ziehen irgendwie verdächtig sind ja manchmal mitten und näherung zu sein da zum beispiel genau und entschuldigung und das wollte ich nicht bezeichnest du mich etwa als lüger weil du bist lüge fußt das muss ich mir noch nicht gefallen lassen dann müssen wir taktik und strategien taktik und strategie ja gut das war taktik und strategie das war mein stampfer einsetzen um steuer nach unten zu wollen aber irgendwie hat uns gemacht hat nicht funktioniert hat nicht so funktioniert wie das wollte ist sie abwechseln und der fixer das hat gesehen das macht mir doch kein schmerz ich bin ja keine wolle weg so ein friedliches spiel ja es erfüllt uns mit freude ich war ich bin schon sehr gespannt wie ich bin ich bin sehr gespannt wie kraftet wird aussieht ja da kommt danach ja gewissen da wird ist der 8 bis 20 die dritte schreibt es euch in euren kalender aber wir müssen sagen obwohl sie nicht also was wir haben alle wolle wir wollen ja mal genau wir wollen ich brauche schon voll ich hab voll da muss nur einer ja aber ich kann da nicht durch hey und wir haben auch alle blumen wenn ich aber du bist da unten warte bis dann wieder hoch geben geht dann durch dann die kamera ist nicht mit also so kann kennen wir da hoch ich bin wenn da alle stempel hatte was wir mit den 20 an der männer ich komme gleich ich glaube wir haben alles wir haben alle gerne wir haben alle wir haben alles 20 sterne 1 2 3 4 5 blumen was noch voller ap 1 2 3 4 5 wolle und 20 münzen war so noch voller ja am ende ja okay du bist auch einmal gestorben ich bin nicht gestorben und die kamera war auf dich fixieren und ich bin nicht mehr mitgekommen und da ist jemand an einer april ich habe hier also auch hier habe eine rolle spiel meine frau danke noch niemals liga wird gewonnen habe ich auch so oft manipulierte was mich zwei mal manipulierte wir bilden nicht zu viel drauf ein minuten perfekt ja es ist abgeschlossen perfekt und wolle der joshin wird daraus den kx joshin na kuki joshin down stay away from my wife stay away from my cookies jetzt machen sie auch schätzt du meinst kuki joshin ist doch der gleiche marathon das ist ein doofes level haben wir überhaupt hier aber nicht du weißt was mobile sind was sind was wir als mobile die haben keine kinder beziehungsweise kleine babys über ihre bett damit die sich nicht gruseln so richtig ich bin der ente ich glaube doch nicht getroffen hat ich würde mich erst mal umgucken das war wieder runter ich muss noch mal so und nach oben kommen wir hier hoch kommen wir jetzt fremde welt in der kunden ja wenn wir abstürzen das war tot da ist diese eine level die auch ins mails bau kommt ja aber nicht nicht diese umgebung hier ist eine andere dann gab es auch so mobile ich glaube ich glaube das war war eine andere welt gewesen ich bin aber nicht so ganz sicher ist eine weile her seit ich spiel gespielt habe weil alles spielen jetzt das weltkostalte mit apropos mir da habe ich schon wieder den neuesten kämpfer gesehen ja auf der linken seite daher genau da ist er ja seit richtiger troll charakter you can do it die kann man das kreuzieren weil ich der mvp bin ja ich habe da noch was gesehen und wir leben jetzt von der abenteuer wir sind in der rakete drin noch nichts verpasst sehr gut das macht mir irgendwie gerade ein bisschen sorgen dass wir passieren irgendwie sterben ja also wir live laut das sehen dass wir im real life sterbe tun wird irgendwann sowieso zeit wird sich nicht weg aber er war eigentlich damit okay wenn sie jetzt nicht mehr aber in so dass an der ente sein müssen wir sind keine quacks das ist ein pink ich weiß nicht sie ist ja auch sie nennt also du musst auf die rauf springen um mich aufzukommen auch freilich weil ich noch mal also ich komme nicht durch perfekte lamente perfekt und es war fantastisch entschuldigung entschuldigung verzeihung oder links müssen da dann muss ja augen und ohren offen halten garer gamer geht nicht erst den richtigen weg genau muss immer erst mal anders hingehen oh gott oh gott wolle das ja hat er darum war was ich hab was gesehen wahrscheinlich ich hab's gesehen ich hab's blume da ist nichts mehr ich will eigentlich dann geht auch nach links oona uui uui ui 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 umbrella vorsicht excelente okay hier ein taktisches teamwork mache ich will erst mal die kamera zu mir und ich glaube nicht der fall ist oder ich gehe mal weiter da geht es weiter geht es tatsächlich weiter zurück aber ich glaube nicht mehr zurück aber ich glaube wir waren richtig allerdings war doch bestimmt irgendwas ja noch bestimmt immer spannendes was im spiel und schokolade ja 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 wer die referenz nicht weiß schämt euch vorsichtig unter nimmt das piranha pflanze du unnötiger troll charakter ich glaube die kommen so lange raus weil du keine wolle hast ich weiß es nicht war noch so ein paar schalke ist vielleicht ist da irgendetwas kommen hier nur raus weil du keine wolle hast keine wolle da also ja es hat direkt ich nehme das und das habe ich jetzt schon weiter ja warum nichts mehr um links ich glaube nicht was mal gucken wir genau wir müssen alles überprüfen aber nicht hier ist nix dass der anfang meine volle kommen die hast du eine volle geklaut ich nehme das nimm das unnötige charakter noch was ah nicht runter alle wolle opfer charaktere war ein ding fehlt noch wenn wir das jetzt nur mal perfekt schaffen ich was da auch in dieser art zu springen werde ich mich nie gewöhne ja lieber doppelsprung oder irgendwie so dass wir schon nach ende aus dass sie hinaus weil ich guck mal unsere statistik nein sind auch noch eine münze und blume und das noch mal gucken ja genau ich war noch mal gucken da muss gesehen da ist das blume wenn allein stempel ich glaube das war die eine münze die wir längst nicht mitgenommen haben bevor wir in diesen abstell gekommen sind und nach rechts gegangen müssen wir sind nicht nach links wollte ja so ja okay dann geht man zum bonusspielen oder wenn eine blume am ende einsammelt oder ja ja es kommt zum bonusspiel jedes mal wenn eine blume eingesammelt wird kommt ein bonusspiel wir haben ja noch keine 20 herzen jetzt ist 15 ich hatte 17 aber wir haben alle blumen alle wolle ich mag wolle auch so wir haben einen neuen charakter ja da sind wir wichtig finde ich auch aber jetzt erst mal bonus spiel das musste hier nicht leidtun und hier sind wir die wahl hat gewonnen ich glaube du schon ja 2000 dabei stelle ich mich voll an näher verstehe ich 2000 jetzt auf 2000 22 minuten haben wir machen okay ja gut machen noch ein level aber hey wo die maraton haben wir geschafft das ist die wolle zusammenstricken da bist du ein spielzeug joshi wurde wieder zusammen gehackt das ist ja voll die schikane hier findest du ja auch das ist eine absolute schikane wie können sie es wagen also wegen gehen weil ihr dann so heißt ja lucky tuss kommt schule hauha entschuldigung und dann eigentlich auch tricks man er kann ja auch die aber da kommt man ausgespielt und wir eben nur vergessen probleme die offensicht ja wenn das helikopter war dann recht und links doch 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 ich wollte es dann ja ich würde es dann auch eben gucken ich habe ihn umgebracht und er hat mich mit dem stach hier abgeworfen den müssen wir umbringen das ist genauso wie bowser der hat die konzesse die sache wir hängen wir hängen doch daran die sorgen und sorgen dann wird das beste klar ist ich will die dinger treffen ich ziehe mal den nagel daraus das wäre das nicht wäre es nicht gefährlich nein wir sind wolle ich habe es gebrochen ich habe es gebrochen ich habe es gebrochen mit meinem riesigen auch das habe ich gebrochen mit meinem riesigen richtiger auch die boom war hat gesehen aber mit dem hintern platt gewalt ich hoffe das kommt in den bestoff rein also das geht hier echt voll schnell aber ich glaube nicht noch so lange wie also das schon die dritte blume ja und ich hätte mir gedacht dass jetzt ein checkpoint kommt kann man so ein einsames herz irgendwie ein einsames herz lonely heart ich bin bin jetzt eingegangen ob du in der gut skillshot über die schnappen ich hab sie mir geschnappt ich hab sie mir geschnappt ja ja da macht er jetzt was macht sie jetzt das ding sehen okay so geht es natürlich auch ich wollte es mit stil machen was mich getroffen okay gut fantastisch spektakulär man springen kann wenn man auflädt jetzt wenigstens noch eine wolle das stört du hast echt glück gehabt es waren wir hier ich komme ich komme ich komme ich komme ich bin mir nicht sicher also wir haben auf jeden fall ich weiß nicht ob wir 20 herzen haben ob einer von uns geschafft hat ich jedenfalls nicht ich auch nicht brauchen wir leider auch ohne prozent müssen nur die herzen sammeln nicht die münzen wir müssen nichts einsammeln aber wir haben sonst haben alles freudig ja geht doch freu jubel jubel wolltest du meine meine folge streitig machen ist meine folge streitig gemacht ich habe immer so viele punkte zu kriegen weil ich einfach geil bin ich habe die melone weggenommen weil ich geil bin naja wir haben drei level geschafft ja dann finde ich ist ein gutes ergebnis wenn ich auch das war noch ein joshie eigensacken dann werden wir den wenn wir den partner jetzt direkt weiter mit einer festung moment wir haben 360 stempel auf näher gefunden und dafür bekommen wir neue stempel schön ja ich war posten genau posten das geht ja gar nicht mehr ja alle träger sind jetzt umsonst wenn wir gleich einsetzen du bist joshie ich habe keinen an du hast einen an ja gott dann stern da nicht ich muss die münzen müssen wir einsammeln und noch die herzen die man das ist dann mit alles wenn wir alles haben wir da haben ja noch keine herzen da war alles damit alles ja also sehen wir uns im nächsten part wieder hier ja und wir sagen tschüss bis zur nächsten folge hast du irgendwelche abschließenden worte ja dann sag sie mir dann dann teile sie uns mit nein bis dann bis dann bis dann Untertitelung. BR 2018